Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Freitag, dem 6. August 2021. Ihr hört die Geek Talk Daily 1056. Und ja, heute ist wieder wirklich Morgen für euch, denn ab 4 Uhr geht diese Folge online. Gestern kam ja noch eine kleine Sonderfolge zu den neuen Google-Produkten. Für all diejenigen, die es verpasst haben, hört einfach in die Geek Talk Daily 1055 rein. Doch bis dahin habe ich folgende Themen. Wear 5100, Pixel 6, Homey, Ticketpark, AMD und Sony. Ich starte gleich mal mit dem Qualcomm Snapdragon Wear 5100. Es ist nämlich aufgetaucht, ein kleines Schnitzel im Papier, auf dem beschrieben wurde, dass da anscheinend ein neuer mobiler Prozessor von Snapdragon auf den Markt kommen wird. Im letzten Sommer kam der 4100er raus, der es dann fast kein Smartwatch geschafft hat. Zum Glück auch, weil ja Google aktuell wieder mal alles kaputt macht und die alten Geräte. Aber das wisst ihr ja alles schon. Sehr schade und sehr unschön. Mal schauen, ob es dann die im Herbst kommenden Geräte schon mit dem 5100er schaffen werden oder wieder so eine Verzögerung gibt und dann wird es eh wieder nichts. Schade, schade. Irgendwie läuft das Ganze nicht rund da in Kugelhausen und den ganzen angeschlossenen Firmen. Weil Potenzial wäre ja da, definitiv. Weiter geht es mit noch mehr Google. Und die haben nämlich das Pixel 6 enthüllt. Also nein, der Launch war nicht. Es war einfach so ein Appetithäppchen, ein Trailer oder keine Ahnung, was das war. Google hat ein paar auserwählten Journalisten, unter anderem einem Herrn von The Verge, das neue Pixel 6 und Pixel 6 Pro gezeigt. Was kann das neue Smartphone? Es hat viel Technik drin. Es soll ein High-End-Smartphone werden. Nachdem Google jetzt lange Zeit oder einige Jahre auf Mid-Range-Smartphones gemacht hat mit ihren, weil sie gemerkt haben, dass es mit dem High-End nicht funktioniert, machen sie jetzt wieder High-End. Dieses Mal aber könnte es vielleicht ein bisschen was werden. Zumindest mit dem integrierten Prozessor, einem Tensor, wie den Google schön nennt. Ist wie ähnlich bei Apple mit den A-Serie Chips. Kommt auch hier ein Google-eigener Chip ins Smartphone. Dieser soll auch Nebenchips drin haben für Security, Machine Learning und solche Geschichten. Alles in allem soll es ein super tolles Smartphone werden, das wieder die beste Kamera hat. Google wurde ja leider abgehängt vor einigen Jahren. Was heisst leider? Wurde abgehängt vor einigen Jahren. Und mal schauen, ob das Ganze klappt. Ich bin sehr gespannt. Vor allem, ob sich dann eben das Smartphone auch für über 1000 Währungseinheiten verkaufen lässt. Für alle Schweizer, die sich jetzt gefreut haben, ja, da werde ich doch gleich zuschlagen, müsst ihr auf Grau im Porte warten. Denn starten wird das Ganze in Australien, Kanada, Frankreich, Japan, Taiwan und den Staaten, sowie Grossbritannien und Deutschland. Österreich und die Schweiz wieder mal nicht dabei. Ziemlich unschön, aber ja, mal schauen, was draus wird. Der Homey, ein Smart Home-Produkt, das ich hier auch immer wieder mal drin hatte und auch im Blog, der hat ein kleines Update erhalten. Und zwar in Form von weiter unterstützten Gadgets. Für all diejenigen, die nicht wissen, was ein Homey ist, das ist eine Smart Home-Zentrale, die es so mit allen Funkstandards, aber auch mit vielen Produkten aufnimmt. Es ersetzt viele Bridges, wie die von Philips Hue, die von Ikea etc. und bildet die zentrale Lösung im Haushalt. Zumindest ist das bei uns zu Hause so. Homey funkt da schon seit zwei Jahren fleissig und kommuniziert mit den ganzen Geräten. Und neu können sie das jetzt auch mit den Leuchtmitteln von inner, wenn ich das richtig ausspreche, einen holländischen Smart Home-Hersteller mit einem umfangreichen Lichtsortiment. Weiter geht's mit Ticketpark. Ticketpark ist eine Ticketing-App oder Plattform, wo man Tickets kaufen kann für Konzerte, für alles Mögliche. Hier in der Schweiz, glaube ich, nur in der Schweiz, bin ich ganz sicher. Auf jeden Fall sicherlich in der Schweiz. Und die App hat jetzt ein kleines Update, aber ein sehr tolles Update bekommen, denn in der Check-in-App drin könnt ihr jetzt auch euer Schweizer Zertifikat für Covid hinterlegen. Das heisst, wenn ihr an ein Konzert geht, müsst ihr nicht das Covid-Zertifikat, meistens in der App und das Ticket, auch meistens in der App, plus die Idee zeigen, sondern nur noch die Ticketpark-App und die Idee. Das Ganze wird dann abgeglichen und das Schöne, das Covid-Zertifikat wird da nicht in irgendwelche Weise gespeichert oder so. Es ist einfach nach dem Konzert dann vom Smartphone verschwunden. Also zumindest aus der Ticketpark-App. Das nenne ich mal eine saubere Geschichte. AMD sieht das Ganze gelassen. Ja, wie immer, kurz bevor das neue iPhone vorgestellt wird, und das ist ja circa einen Monat soweit, kommen sie aus allen Löchengeschossen. Irgendwer überholt immer das Apple iPhone, weil jetzt im Markt, dieses Mal war es Xiaomi, die dann auch in jeder Pressemeldung, die sie aktuell verschicken, ganz gross darin reinschreiben, dass sie jetzt endlich Apple geschlagt haben. Aber ja, wir werden es sehen, beim nächsten Quartal wird das alles wieder umkehren. Wie gesagt, wiederkehrende Geschichten. Im letzten Jahr kam ja der M1-Prozessor, ein ARM-basierender Prozessor von Apple auf den Markt und hat da einiges auf den Kopf gestellt. Der CVP, der Produktmanager und Marketingmanager von AMD, hat in einem Interview mit dem Indian Express aber den Erfolg runtergespielt und meint, dass sie mit ihren eigenen Lösungen und ihrer Roadmap weiterhin glücklich sind und auch da gut mit Apple mithalten können. Ich bin ja mal gespannt, wenn dann Apples zweiter Prozessor kommt, ob er dann immer noch so spricht, aber aktuell sieht er da keine grosse Gefahr für seine Bude. Sehe ich grundsätzlich auch nicht, aber dennoch hat Apple da einen richtigen Achtungserfolg rausgehauen und wird da sicherlich noch lange davon zehren können. Und ich bin mal gespannt, wer da am Schluss wieder lächelt. Weiter geht's mit Sony und auch da lächelt man, aber das finde ich dann schon sehr, sehr, sehr derbe irgendwie, denn irgendwie ist man bei Sony nicht besorgt, weil nicht genügend PS5 da sind. Man hat es geschafft, bis in diesem Frühjahr 10 Millionen Geräte zu verkaufen und das ist ihnen irgendwie genug. All die Kollegen, Freunde, Bekannten um mich herum, die mich fast täglich fragen, weisst du, wo man noch eine PS5 herbekommt? Ja, die lässt man auf dem Trockenen sitzen. Man will aber genügend Stückzahl haben, um fleissig produzieren zu können und somit bis im nächsten März nochmals 12 Millionen neue Konsolen auf den Markt zu schmeissen. Ich bin mal gespannt, ob es dann reicht und ob dann all meine Freunde und Bekannten auch damit versorgt sind oder ob halt die Nachfrage doch deutlich grösser gewesen wäre. Vor allem wäre die Nachfrage aktuell und in dem Lockdown, den wir im Frühling hatten, viel, viel grösser gewesen, als der jetzt dann wird, wenn dann wieder mehr Menschen richtig arbeiten können. Schade, schade und ja, liebes Sonny, man sollte nicht so vom hohen Ross runtergucken auf Menschen, die sich die Dinge nicht kaufen können, die ihr mal irgendwann angekündigt habt. In diesem Sinne, das war's mit den heutigen Neuigkeiten. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen was mitnehmen können. Euch noch einen schönen und erfolgreichen Start in den Tag und bald schon ins Wochenende. Ich habe gehört, es soll zwischendurch auch mal irgendwo ein Sonnenstrahl durchscheinen. Bis bald, euer Pokipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.